Sie werden viel mehr durch die populäre Kultur repräsentiert als durch Politik, ist Joel sicher. Ein Politiker ist und bleibt lediglich eine einzelnen gewählte Person. Die populäre Kultur jedoch sind viele von uns, die uns auch entsprechend repräsentieren, so Billy Joel wörtlich. We Didn't Start the Fire, das sind ungefähr 120 Themen in 4 Minuten und 50 Sekunden.